Ab 5 im Sportpark Nord. Die große Aufstiegsfeier vertagt. Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen Bergisch Gladbach wäre den Bonnern der Aufstieg nur noch theoretisch zu nehmen gewesen. Beim 0 zu 0 gegen den direkten Konkurrenten fällt dem BSC aber zu wenig ein. Wir haben mit Sicherheit heute nicht am Limit gespielt. Es war eine durchschnittliche Leistung heute gegen Bergisch Gladbach, aber gegen guten Gegner. Ein Gegner, der sich im ersten Durchgang die besseren Chancen erspielt. Zunächst verpasst Yannick Albrecht. Nur wenige Minuten später probiert es Celal Kanli aus der Distanz, scheitert aber am Bonner Keeper Andi Hubert. Zur Pause nur bei den 820 Zuschauern auf den Rängenaufstiegsemotionen. BSC-Coach Daniel Zilken schwört die Mannschaft noch einmal ein. Und das zeigt Wirkung. Die Bonner nun deutlich zielstrebiger. Maul steckt durch für Muskulus. Der gibt weiter, doch Eckart im Abseits. Nur wenige Minuten später der nächste Konter. Retterat per Distanzschuss, den Abpraller vergibt Wipper führt. Auch der Gegner lässt die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. Es bleibt also beim Remis. Die Aufstiegsfeier muss warten. Wir haben noch einige Spiele. Wir haben noch sechs Spiele vor der Brust. Wir wissen ganz genau, nächste Woche gegen Feiernhofen, die Mannschaft, die oben steht. Dann spielen wir gegen Alfter Derby. Nochmals. Wir brauchen drei Punkte und die müssen wir versuchen, irgendwo zu holen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir Woche für Woche die Spieler da vom Platz fegen. Nein, es ist einfach jeder ist da nochmal richtig motiviert, gegen den Tabellenführer Vollgas zu geben. Und der werden wir uns stellen. Und da ist auch die Mannschaft sehr, sehr motiviert.